Heute möchte ich euch noch mal eine Leseempfehlung geben für eine Buchreihe von der lieben Ellie Braden. Schaut mal. Und zwar ist das The Light in You. Das sind vier Teile und das ist im Prinzip keine richtige Fortsetzung, aber es gibt hier einige Buchreihen, die man vielleicht vorher gelesen haben sollte, weil Charaktere davon hier eine Rolle spielen auf jeden Fall. Und zwar geht es da auch, also einige Eltern von den Kindern hier sind aus The Dark in You und auch aus Raven. Das sind zwei andere Buchreihen von der lieben Ellie, die ihr auch auf jeden Fall lesen solltet, denn The Dark of You ist meine absolute liebste Buchreihe. Ich liebe diese Buchreihe. Die ist einfach so toll. Raven auch richtig gut. Da gibt es ja mittlerweile auch ein schönes neues Buch. Blende ich euch mal das Cover ein und zwar Miles Burns. Das ist noch gar nicht so alt. Auch richtig cool. Aber hier, hier geht es halt um die Kinder von denen. Und Grace und Jonah, die werden euch hinwegfegen auf jeden Fall. Das hier ist aber keine Dark Romance, sondern Romance Thrill. Aber oh mein Gott, was habe ich diese Buchreihe geliebt. Die ist auch wirklich, wirklich gut, gerade weil diese Charaktere dann wieder drin vorkommen. Und ich liebe das einfach. Das war so richtig schön, die alle noch mal zu sehen und mit denen die Abenteuer zu erleben. Denn hier erlebt man einiges bei. Aber es ist auch so schön, ja, Vince wiederzusehen und Titan und ja, vor allen Dingen Jonah und Grace. Allen Ernstes, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ich habe so viel Spaß dabei gehabt. Und falls ihr diese Buchreihe schon gelesen habt, dann schreibt mir doch gerne mal, wie ihr sie denn findet. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schnappt sie euch. Wenn ihr dann vorher die anderen Reihen noch gelesen habt, denn es wird sich auf jeden Fall lohnen. Das kann ich euch versprechen.